Hallo und schön, dass ihr wieder zuschaut. In den letzten zwei Wochen ist es ein bisschen ruhig auf diesem Kanal geworden. Das liegt einfach daran, dass ich mega viel zu tun habe. Nichtsdestotrotz, jetzt nehme ich mir kurz Zeit für ein wichtiges Anliegen. Ein Anliegen, was mich die letzten 15 Jahre schon durch den Golfunterricht begleitet, aber im Grunde den Unterricht nie verlässt, denn es hält sich einfach sehr, sehr hartnäckig auf dem Golfplatz. Es geht um den Kopf im Golfschwung. Wie ist das mit hinterhergucken? Wie muss der Kopf denn jetzt bleiben? Und ich möchte mit der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Irrtum hier aufräumen und deswegen bleibt dran. Ich erkläre euch, wieso Kopfhundenlassen das Schlimmste ist, was man tun kann, es sei denn nicht Patte, aber wieso Kopfhundenlassen beim normalen Golfschlag nichts verloren hat, wieso hinterhergucken zwingend notwendig ist. Und bleibt dran, gleich versteht ihr wieso. Schauen wir uns mal einen Golfschwung an. Ich habe ein bisschen dünn getroffen. War da jetzt mein Kopf zu früh oben? Ganz klar nein. Es ist selbstredend in dem Fall Quatsch gewesen und ich kann euch sagen, in 99 Prozent der Fälle ist es, 99 Prozent der Fälle, in denen ihr eventuell den Tipp gebt, ist es genauso ein Quatsch. Denn ich toppe einen Ball nicht, weil der Körper zu früh hoch geht. Ich toppe den Ball als Durchschnittsgolfer meist, weil der Schläger am Ball schon in einer Aufwärtsbewegung ist, dadurch, dass ich im Abschwung zu früh den Winkel der Handgelenke strecke. Wenn das passiert, haue ich vorm Ball in den Boden. Und jetzt muss ich die Arme ranziehen, um mit dem Kopf so ein bisschen runterkippen, um das Ganze zu retten. Das heißt, theoretisch kann Kopf untenlassen dabei helfen, eine verkorkste Bewegung im Grunde wieder auszugleichen. Aber so richtig kann das doch nicht sein. Kommen wir kurz zu der Thematik Kopf untenlassen. Woher kommt das überhaupt? Man hat vor ungefähr 20, 30, von länger her 30, 35 Jahren die ersten Golfspünge analysiert per Video, hat sich das in Ruhe angeschaut, als die Slow-Motion-Aufnahmen rauskamen. Und dann fiel auf, dass der Tourpro und die guten Golfspieler nach dem Ausholen den Ball schlagen. Und erst wenn der Schläger hier ist, fängt der Kopf an, hinterher zu gucken. Man sah also deutlich, wie erst der Ball getroffen wurde und der Kopf unten blieb und erst nachschaute, als der Schläger schon weiter war. So, jetzt verspreche ich euch, selbst wenn ihr meint, ihr guckt zu früh, macht mal eine Slow-Ma-Aufnahme. Ihr werdet sehen, auch ihr haltet den Kopf unten. Der Grund dafür, dass der Kopf unten bleibt, ist nämlich nicht, dass ich versuche, den unten zu lassen. Es geht darum, wie schnell ist unser Sehapparat und wie schnell ist unser Gehirn. Klingt komplizierter, als es ist. Wir können ungefähr zehn Bilder in Sekunde mit den Augen machen. Das heißt, alle 0,1 Sekunde checkt unser Gehirn, da passiert was. Duberweise dauert der Treffmoment eine halbe Millisekunde, also 0,0005 Sekunden. Das heißt, wir treffen den Ball und innerhalb von 0,1 Sekunde schwingt der Schläger hier hin. Und wenn der Schläger hier ist, checkt mein Kopf erst, dass ich den Ball überhaupt getroffen habe. Ich kann also rein anatomisch nicht zu früh hinterher gucken. Es ist nicht möglich. Es ist Biologie, Anatomie, es ist nicht machbar. Dafür ist unser Kopf, unser Sehapparat, unser Gehirn zu langsam. Der Kopf bleibt von alleine unten. Jetzt ist nur wichtig, dass der Schlag nicht zu früh entsteht. Und damit das nicht passiert, brauchen wir eine Bewegung, die das ausgleicht. Und zwar Körperrotation zum Ziel. Körperrotation heißt aber auch, dass der Kopf sich mit zum Ziel bewegen muss. Wenn das nicht passiert und der Kopf hinten bleibt, rotieren wir immer zu wenig, schlagen zu früh und ziehen die Arme ran. Also, Kopf unten lassen sorgt dafür, dass man die Arme mehr einsetzt. Jemand, der vorm Ball den Boden haut, die Arme ran zieht, setzt seine Arme meist zu sehr ein. Dementsprechend braucht er mehr Körperrotation. Kopf unten lassen hindert nicht daran. Und deswegen solltet ihr jedem Beginner, der Bälle toppt, die Aufgabe mitgeben, durchzuschwingen, Endposition zu erreichen und den Kopf mitzunehmen. Das führt sich auf den richtigen Weg. Kopf unten lassen, Kopf mitgehen ist die gute Variante. Und Kopf unten lassen führt, wenn überhaupt dazu, dass euer Golfschwung nach 10 Jahren so aussieht. Und das will doch nun wirklich kein Mensch haben. Also hört bitte auf, diese Tipps zu geben. Und nehmt den Kopf nach vorne mit. Das ist definitiv der richtige Weg. Viel Spaß beim Üben. Betraum weiter. Beifall bei Ende Dom Macho